Omnibusse im 19. Jahrhundert? Gab es sowas wirklich? Das und viele weitere Informationen erfahren wir in diesem Video. Hallo liebe Freundinnen der historischen Unterhaltung. Wir alle kennen das Bild der Droschken aus Welten und Geschichten des 19. Jahrhunderts ziemlich gut. Man stelle sich nur mal einen Sherlock Holmes ohne die Möglichkeit vor, mit Hilfe einer Droschke schnell von A nach B zu kommen. Irgendwie merkwürdig, oder? Allerdings sind Droschken nicht unbedingt das, was wir heute unter einem ÖPNV verstehen würden. Die Droschken sind eher so etwas wie der Vorläufer der modernen Taxi-Unternehmen. Auch wenn es Droschken gab, die an gewissen Stellen regelmäßig von A nach B fuhren, ist das noch lange nicht mit einem weitflächigen ÖPNV zu vergleichen. Das 19. Jahrhundert ist die Geburtsstunde des ÖPNV. Zwei Transportmittel standen dabei weitaus eher im Vordergrund als die Droschke. Und welche das sind, das erfahren wir jetzt. Wenn wir uns im heutigen Video mit dem ÖPNV beschäftigen, dann interessiert mich vor allem der innerstädtische Verkehr. Nicht der Regionalverkehr, der zwei verschiedene Gemeinden miteinander verbindet. Fangen wir mit den Pferde-Omnibussen an. Wie der Name schon sagt, werden diese Omnibusse nicht durch einen Motor angetrieben, sondern von Pferden gezogen. Bereits 1825 wurde im heutigen Deutschland die erste Pferde-Omnibus-Linie eingeführt. Diese verbannt Berlin mit Charlottenburg. Da Charlottenburg zu dieser Zeit noch eine eigenständige Gemeinde ist, fällt es aber nicht unbedingt in den Bereich, den wir uns heute angucken wollen. 1839 gab es eine erste Omnibus-Linie, die innerhalb Hamburgs dann verschiedene Stationen in der Stadt verbannt. 1847 zog Berlin nach und richtete auch innerstädtische Omnibus-Linien ein. Um uns ein genaueres Bild von den Omnibussen machen zu können, schauen wir uns eine Stadt als genaues Beispiel an. Hierfür hält Gießen her, die Stadt, in der ich selbst studiere. In der stetig wachsenden Universitätsstadt wurden 1894 nach ersten Startschwierigkeiten dann die ersten beiden Linien eingeführt. Linie A mit neun Haltestellen und die Linie B mit zehn Haltestellen. Beide verbanden den Bahnhof mit den Randgebieten der Stadt. Der Marktplatz wurde als Mittelpunkt des Stadtgebietes von beiden Linien angesteuert. Die Busse verkehrten täglich von 6 bis 22 Uhr, erhöhten die Mobilität der Gemeindemitglieder also ungemein. Damit wir uns ein bisschen besser vorstellen können, wie es innerhalb dieser Omnibusse ausgesehen hat, möchte ich euch die Betriebsordnung der Gießener Pferde-Omnibus-Gesellschaft nicht vorenthalten. Paragraf 5 Das Fahrpersonal darf Betrunkenen oder solchen Personen, welche den Mitfahrenden durch Unanständiges benehmen oder durch ihr Äußeres belästigen würden, das Mitfahren nicht gestatten. Ebenso die Mitnahme von Hunden, geladenen Gewehren, feuergefährlichen Gegenständen oder solchem Handgepäck, welches durch seinen Umfang, üblen Geruch oder schmutzige Beschaffenheit die Fahrgäste belästigen könnte. Paragraf 7 Rauchen, singen, lärmen und musizieren im Innern des Wagens ist verboten. Ferner jedes unanständige Verhalten sowie jede Belästigung der Mitfahrenden. Und Paragraf 9 Sofern nicht besondere Schaffner, in Klammern Kondukteure, mit der Erhebung des Fahrgeldes beauftragt sind, ist das tarifgemäße Fahrgeld alsbald nach dem Einstieg ohne jede Aufforderung seitens eines Bediensteten der Gesellschaft in die dazu bestimmte Kasse zu werfen. Dem Kutscher liegt es dann ob, die Kontrolle darüber zu führen. Aus dieser Betriebsordnung erfahren wir einige unglaublich spannende Sachen. Zum einen, dass das Rauchen im Bus verboten war, was ja jetzt nicht gerade selbstverständlich ist, aber auch, dass das Mitführen von geladenen Waffen verboten war, was ja im Umkehrschluss bedeutet, dass innerhalb der Stadt Gießen das Führen von geladenen Waffen eigentlich kein Problem war. Das ist für die Zeit zwar durchaus vorstellbar, aber auf der anderen Seite müssen wir uns auch mal das Bild vor Augen halten, wie irgendwelche Bürger bewaffnet durch die Stadt laufen. Gleichzeitig kann es bezahltes Personal dafür gegeben haben, die Fahrkarten zu kontrollieren. Das bedeutet also, dass man nicht vorne beim Bus einsteigen musste, um dann beim busfahrenden Personal eine Karte zu kaufen oder die Karte, die man hat, vorzuzeigen, sondern dass man einsteigen konnte und dann gab es entweder eine Kontrolle oder es gab eine Art Kasse, die auf mehr oder minder Vertrauensbasis befüllt werden musste. So viel zu dem Verkehrsmittel der Omnibusse. Wir schauen uns jetzt den großen Konkurrenten an. Die Straßenbahnen wurden schnell zu einem Konkurrenten der Omnibusse. Diese wurden anfangs, so wie Eisenbahnen übrigens auch, von Pferden gezogen, weswegen man sie teilweise auch Pferdebahnen nennt. 1865 machte im deutschsprachigen Gebiet Berlin wieder den Anfang und wieder in der Verbindung Berlin-Charlottenburg. 1866 zog Hamburg mit der Verbindung Hamburg-Wandsbeck nach und 1868 zog Stuttgart nach. Zwar handelt es sich bei Berlin und Hamburg wieder um Verbindungen, die zwei Gemeinden miteinander verbinden, allerdings war es bei den ersten Straßenbahnen noch so, dass teilweise keine Haltestellen eingerichtet wurden, weil die PassagierInnen einfach aussteigen und einsteigen konnten, wann sie wollten. Somit war auch der Verkehr innerhalb der Städte Berlin und Hamburg gewährleistet. Bei der Straßenbahn Stuttgart handelt es sich tatsächlich um eine Straßenbahn, die mit mehreren Haltestellen auch innerhalb Stuttgarts bedient wurde. Durch das Verlegen der Schienen war der Kapitalaufwand für Straßenbahnen sehr viel höher, weswegen einige Städte sich das nicht leisten konnten, nicht leisten wollten und dementsprechend externe Unternehmer damit beauftragten. Die Unternehmer hatten teilweise Schwierigkeiten, sich am Markt zu halten, wenn man jedoch einiges Durchhaltevermögen bewiesen hat, dann konnte man erhebliche Kapitalgewinne erzielen. Wenn jetzt der Aufwand, eine Straßenbahn zu errichten, so groß war, warum war sie dann so eine große Konkurrenz zu den Omnibussen? Das lag daran, dass Omnibusse nur bedingt gut verkehren konnten. Wir müssen uns vorstellen, dass im 19. Jahrhundert noch nicht jede Straße so schön geteert ist wie heute. Das bedeutet, dass auf Schienen verkehrende Fahrzeuge bei der gleichen Zugkraft, das bedeutet bei der gleichen Anzahl von Pferden, mehr Menschen schneller und bequemer transportieren konnten. In den 60er Jahren machten die drei Städte, die ich gerade schon genannt habe, im heutigen Deutschland den Vorlauf. Nach der Gründung des Kaiserreichs 1871 kamen dann Schlag auf Schlag neue Straßenbahnen hinzu. 1880 war es dann so, dass innerhalb des Deutschen Kaiserreichs nur eine Großstadt keine Straßenbahn hatte und das war Königsberg. 1890 hatte dann sogar fast jede Mittelstadt im Deutschen Kaiserreich eine eigene Straßenbahn und auch eine nicht zu unterschätzende Zahl kleinerer Städte. Neben den Pferden gab es noch einige andere Antriebsmöglichkeiten. 1877 wurde in Kassel die erste Dampfstraßenbahn errichtet. Dampf war jedoch nicht das perfekte Mittel, eine Straßenbahn zu betreiben, da Dampfmaschinen sehr schwerfällig waren, was sich in Kassel gerade bei den verschiedenen, nah beieinanderliegenden Haltestellen als äußerst schwerfällig erwiesen hat. Außerdem gab es nicht wenige BürgerInnen, die sich über die erhebliche Rauchentwicklung innerhalb der Stadt beschwert hatten. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass 1890 noch ungefähr 95% aller Straßenbahnen von Pferden gezogen wurden. Und das, obwohl 1881 schon die erste Straßenbahn elektrifiziert wurde. In Lichterfelde, das ist heute ein Teil von Berlin, damals war es noch eine eigenständige Gemeinde, fuhr 1881 die erste elektrische Straßenbahn. Diese wurde noch über die Schienen angetrieben, stellte also ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. 1884 wurde dann in Frankfurt am Main die erste Straßenbahn mit Oberleitung eingerichtet. Das funktionierte noch nicht richtig gut, wurde allerdings so schnell perfektioniert, dass ab 1890 dann der Siegeszug der elektrischen Straßenbahn einsetzte und Stück für Stück immer mehr Straßenbahnen elektrisch liefen. Ein Spätzünder hier ist übrigens Köln, die haben nämlich erst 1901 angefangen, ihre ganze Straßenbahn zu elektrifizieren. Eine andere Antriebsmöglichkeit war der Gasmotor. Der setzte sich zwar jetzt nicht unbedingt durch, dennoch wurden zwischen 1891 und 1900 noch zwei weitere Straßenbahnen im Deutschen Kaiserreich mit dem Gasmotor ausgestattet, und zwar einmal in Dessau und einmal in Hirschberg. Das waren also die zwei Haltestellen, die den ÖPNV im Deutschen Kaiserreich etablieren sollten. Aber was waren die interessanten Haltestellen? Meistens stand am Anfang eines eigenen innerstädtischen Transportwesens das Bedürfnis, vom Stadtgebiet schnell zum Bahnhof zu kommen. Die meisten Bahnhöfe im 19. Jahrhundert wurden außerhalb des Kerngebietes errichtet, das heißt, man konnte relativ lange brauchen, bis man dann endlich beim Bahnhof war, beziehungsweise vom Bahnhof wieder zurück in die Stadt gekommen ist. Das Problem wurde dadurch maximiert, dass die Städte im 19. Jahrhundert rasant wuchsen. Außerdem war es dadurch schwieriger, schnell zu seiner Arbeitsstelle zu kommen. Einige neu zugezogene Arbeitende konnten ihre Arbeitsstellen teilweise gar nicht mehr fußläufig erreichen. Deswegen war ein zweiter Punkt von Interesse für die Gesellschaften, dass man die Wohnräume mit den verschiedenen Industriegebieten und den Bergwerken verbunden hat. Bei aller Nützlichkeit sollten wir jedoch die Unterhaltung auch nicht vergessen. Stuttgart war eine der ersten Straßenbahnen im deutschsprachigen Gebiet und hier waren die Bäder, die verschieden über die Stadt verteilt waren, ein nicht zu unterschätzender Faktor in der Errichtung einer eigenen Straßenbahn. Auch lagen einige beliebte Ausflugsziele außerhalb der Städte, sodass hier auch das Bedürfnis war, diese immer schneller erreichen zu können, wenn man zum Beispiel am anderen Ende einer Stadt gewohnt hat. Schön und gut. Wir wissen also, welche Transportmittel es gab und warum man sie überhaupt errichtet hat. Aber was hat das Ganze denn jetzt für die Fahrgäste gekostet? Die Fahrpreise für Omnibusse kann ich leider nicht genau quantifizieren, weil zu den Omnibussen nicht so viel gearbeitet wird. In Gießen kostete aber eine Einzelfahrt 10 Pfennig. Bei den Straßenbahnen ist es so, dass je nach gewähltem Tarifmodell die Fahrpreise stark schwanken können. Wenn man jedoch nach dem Einheitstarif geht, dann kostet hier eine Fahrt ebenfalls 10 Pfennig. Aus einer Befragung von 127 verschiedenen ArbeiterInnen aus Berlin aus den 1880er Jahren geht nicht nur hervor, dass einige trotz Straßenbahn länger als eine halbe Stunde zur Arbeit brauchten, sondern dass einige auch einigen Unmut hatten, weil sie so viel für die öffentlichen Verkehrsmittel bezahlen mussten. So haben sich einige beschwert, dass sie wöchentlich eine ganze Mark und 80 Pfennig, also fast 2 Mark, bezahlen mussten, um überhaupt zur Arbeit und wieder zurückzukommen. Manche gaben an, dass das ungefähr ein Dreißigstel des Gesamtverdienstes ist und das belastete gerade die ärmere Bevölkerung durchaus. Dabei ist allerdings nicht zu unterschätzen, dass sehr früh Sonderzarife eingeführt wurden. In einigen Städten gab es Sonderzarife nicht nur für SchülerInnen, sondern auch für ArbeiterInnen. Das war mein Video zum ÖPNV im 19. Jahrhundert. Ich hoffe, ich konnte euch nicht nur informieren, sondern euch auch ein wenig unterhalten. Falls ihr nichts mehr verpassen wollt, vergesst nicht zu abonnieren. Falls ihr mehr von mir sehen wollt, dann schaut doch mal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr verschiedene Links zu meinen verschiedenen Webauftritten, unter anderem zu Instagram, zu meinem YouTube Gaming Kanal und zu meinem Twitch Kanal. Falls ihr mich bei meiner Arbeit unterstützen wollt, könnt ihr ebenfalls in die Videobeschreibung schauen. Dort findet ihr heraus, wie ihr mir auf Kofi einen Kaffee spendieren könnt oder wo ihr meine Bücher kaufen könnt. Ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen, als ich freue mich, euch im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.